Rundfunk Und ist es anstrengend? Ja, Pause! Aber macht es dir Spass? Ja! Also komm mal vorne! Einfach voraus laufen! Und Flavio, ist es einfach alles zu tragen? Ja, ja. Du, Leon, mit den Schneeschuhen? Geht's? Okay. Ist es gut? Es war anstrengend. Die erste Skitour. Es ist manchmal so. Wir haben heute sehr schlechte Bedingungen. Aber jetzt fahren wir ab. Schön vorsichtig. Und dann schauen wir, wo wir noch Schnee finden. Ist es gut? Ist es gut? Nein. Nein, nein. Müssen wir abziehen? Ja. Oh ja. Also, lasst ihr euch voraus geben. Sucht uns einen Weg. Ja, gut. Jetzt ist Leona schon der mit den Pivo, die nicht so ideal sind. Läuft sie? Ja, ja. Ja, sie läuft. Ja, sie läuft. Anno! Leona musste leiden heute. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, genau. Mehr hier. Ja, gut. Noch nicht raus. Nein, gut. Das ist. Ja, gut. Ja, gut. Na, gut. Ja, gut. Jetzt ist es gut. Ich denke, ich kann nicht noch. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Es ist mühsam. Eine Seite bremst, die andere fährt. Geht noch geschwind? Einfach zum Schauen. Ist es gut? Ja, das kannst du auch. Immer einer fährt und der andere fährt und dann geht es wieder los. Dann bleibt es immer zusammen. Dass auch alle gleichzeitig unter die Lawinen kommen. Gut, also dann fahre ich wieder ein bisschen hoch. Ich fahre immer ein bisschen hoch. Marco, wenn du unten bist, wie sieht es da aus? Hier oben. Weisst du, wenn man oben durchgeht? Oh. Gut. Also du kannst gehen, Aurel. Ich gehe nur da, weil ich kann. Wenn ich hochlaufe, würde es mich auch abkacken. Fahr doch da unten zu schönen Schnee. Dann kannst du ein bisschen zueinander fahren. Ja. Aber du musst auf keinen Berg. Da unten geht es jetzt alles ab. Es ist gut. Juhu. Mach Schämbogen. Ich bin ja. Okay. Gut. Fest Schämbogen. Gut. Jetzt kannst du schön über die Traversieren. Jawoll. Super. In diesem Schnee sind die super gut. Ja, die haben schöne Auftriebe. Ja, klar. Jetzt kommen wir hier wieder auf den Weg. Ja, aber wir sind fast bis zum Auto fahren. Okay. Da vorne wird eure Spur sein. Das gibt einen guten Film Leon. Ab in die Hockey, komm. Gras, Gras Skifahrer. Juhuuu. Stopp! Stopp! Super. Stopp. Huh? Das war der Leon. Und... Genau. Du, es ist ein bisschen durchschnull. Jetzt sind wir gleich mit dem Hockey. Jetzt war es schon. Es ist gut. Ja, tipptopp. Es ist gut. Ja, tipptopp. Da sind wir eingestiegen. Ja, danke.